Hallöchen meine Freunde Willkommen wieder zurück zu Rainbow Six Siege Keine Map, doch auf ner Origin Map Zusammen mit den Dalu Manos Den Early Boy und den XClear Early Boy, Early Boy Mach was in mein, Early Boy macht Keine Kills, viele Tode Aber ist ein guter Kameramann Und da die Premium Skins Gibt es eigentlich mal wieder neue? Ne Ja doch, der Junker hat ne Aufrüstung sieht aber scheiße aus Ne, richtige Elite Skin? Achso, ne, die kommen ja immer nur mit den neuen Operations Ja, da kommen ja keine mehr Die Heilung abwarten zuerst Operation nutzlos Performance Updates kann man natürlich auch nicht mit Neuem Content bringen Performance braucht Zeit Na gut, eineinhalb Ihr habt den Bildschirm noch mal 10 cm da ran Ja Musst du auch bald an dem Kunden Ja Alleine wegen der Info hoch Musst du jetzt ne Folge ja online gehen Also ich muss sagen Ähm, wenn ich mein Mein Kopf jetzt nach vorne lehne Wenn ich mein Kopf jetzt nach vorne lehne Dann lege ich im Bildschirm Ja, aber so macht man das Als Counter-Strike Spieler hast du auch Nase an den Monitor Ja, da spielt es aber auch ein 4 zu 3 Aber ganz ehrlich Weißt du warum Italiener nicht so gut sind in Counter-Strike? Weil die halt ne größere Nase haben und damit weiter vom Monitor wechseln Aber mal ohne Scheiß Warum Warum sitzen die mit der Nase am Monitor? Weil du je Also Counter-Strike ist ein Pixel-Shooter Das funktioniert bei Rainbow nicht ganz Bei Counter-Strike weißt du, dass wenn sich irgendwas bewegt Egal was, muss es ein Spieler sein Ja Und je näher du dran sitzt, desto eher realisierst du was Also je größer das ist Deswegen, bei Counter-Strike musst du halt Egal was sich bewegt, es muss ein Spieler sein Und hier hast du halt noch Hier ist halt noch Nebel und Ne, diese Blätter die hier rumfliegen Und sowas Aber bei Counter-Strike weißt du, wenn sich was bewegt, dann ist es ein Gegner Oh, wie ist es auch Hast du mir nichts gesehen, bis das dachte? Nö, das hätte schon geschehen Also, fixi, fixi, fixi Nö, lass Early nicht sterben Ja, ich versuch's Vor mir Links, sie ist links, sie ist links Leute, wir brauchen noch was Steck die Tür Man down, man down Nicht bergab Kann einer noch hier helfen? Ach, sie sind bei der unten shit Noch was aufgegangen? Okay Ich hab Early Noch einer über uns, glaube ich Vor mir immer noch Ja, ich hab hier noch eine neben mir Vor mir links Am Rahmen Die Early ist noch nicht down, oder? War die das? Ja, die war das Da ist noch eine Ich bin an der Treppe links Ich bin an der Treppe links Moment, ich glaube ihr habt eine Kamera direkt bei euch Ich bräuchte jetzt Hilfe Ich hab zwei vor mir Ja, eine down, Frost ist da drin Ist weiter nach hinten Ist weiter nach hinten gegangen Wir fangen so in die Richtung da Ja, ist da wo die Da wo die Geisel eigentlich immer liegt Okay Da ist die Guck mich an Guck mich an Wie heißt die Kameratante nochmal verfickte Scheiße Weiter links Kamera down Early Da Immer noch dort Ist da schon wieder einer? Ich hab vergessen, wie der heißt Ja Wo soll der sein? Da Noll Alter Was ein Headshot der eine Was? Der Jäger Wie, es waren schon alle tot Achtet zu den Dropper runter Ich hab den Sachsen einen richtig geilen Kill geklaut Warum hab ich nur einen Assist? Ihr habt zwei Leute richtig hart getroffen Da war nur einer bei euch early Ja doch, die Walküre war auch da Die hab ich auch ein bisschen gehittet Team Beschuss zählt nicht Herz, Herz, dein Schnauz Aber wo sind denn die guten Verteidigungsoperator? Keine Rook Ich hab noch Der eine, den ich habe, den hab ich schon Na nehm ich mal den Doofen, Alter Du spielst sonst immer nur Echo, ne? Aber du musst ja deinen Mondhelm absetzen hier Wie dauert es, wie wenn du gerade in der Üster Astronaut bist So weit ist Early jetzt noch von seinem Bildschirm weg, als wenn das das Glas weht Ja Ich bin jetzt on point Guck mal auf der Nase Ich hab grad super auf Ich hab grad super auf Ich hab grad super auf den Monitor geholt, um den Eifer auf seinen Kopf zu wickeln Besten Ich hab mir so'n Helm geholt Schussplatten werden eingesetzt Der fummelt jetzt zuerst in der Tasche rum Und dann Ja, ich Hier wo ich gerade schlage, bitte nicht verstärken Äh, switch Switch da Hier Du hast die Twitch schon getötet? Hier Da du? Mich Die Kamera noch auf der Küche Das ist der Safety-Bone Oh no Aua! Ja Ich hab' den Ich hab' den Einer ist low oben Nice Aber Respekt Lauf hier rum Oder drei sogar Ja, aber Olli geht ab Oder? Die Tür ist zu vor dich Hier beim Kellereingang Da hat das der Badezimmer-Spiegel nicht funktioniert So ne Scheiße Wieso wollte ich ihn ablenken? Ne, da könnte ich ihn aber sehen Wenn er reinkommt Boah, sag's das Er liest rein und schießt erst mal auf den Spiegel Er ist bei mir oben Ich mach' hier mal ein Fenster Oder wer ist denn hier? Wie hättet? Ich mach' hier mal ein Fenster rein Was? Wie? Das will ich sehen Was? Die blöde Bitch Von oben Alex ist mit dem Fenster drin Er hat sich genau in dem Moment wer vor die Tür gestellt Danke Ok, ja da ist auch einer Ok, Fenster ist auf Vielleicht die D-Bardos Ich muss das Fenster aufmachen Tut mir leid, Leute Er hat 50 Hits Ey, was ist denn bei 50 Punkte da stehen? Liegt die denn? In-Shot Assist Da hat sich der Backstab oben gelohnt. Danke für die Hilfe. Boah, die waren ja vollgefogusst auf mich da. Ja. Und da zieht der Demirly davon mit zwei Kills. So, wenn ich einen Attacker, könnte man hier mal wieder nicht gehen. Ash, nimm Ash. Nein, ich will den Feuermagier sehen. Warte mal, wie weit bist du oben? Ach, das dauert doch noch da. Ne, ich glaube, ich habe eine Chance. Wenn ich das jetzt nehme, dann nicht mehr. Ja, Ash will ich auch sehr gerne. Ash ist auch ein Schlecht. Schlecht würdest du auch gerne? Ja, ich finde es halt schade, dass unser, ich würde auch super gerne im Angriff, dass unser Team wenigstens einen Sledge hat. Das wäre nice. Weil der wird halt immer geblockt. Aber wie sieht er schon aus? Sledge ist halt auch super stark. Ja. Wir müssen uns halt irgendwann vom Gegenteil überzeugen, sonst werden die Witze nicht aufhören. Ich werde nur sagen, ich habe gerade überhaupt nichts gehört. Ja, ja, ich weiß. Wie immer, wenn wir Rainbow spielen. Ich check, Hello. Hallo, Sauber. Küche, Leute. Küche. Weihnachten, Leute. Merkt euch mal den Rook, der wurde dann mal wieder nicht gespottet. Ich spotte, weil ich Points brauche. Der letzte Rook ist nicht mehr, der nicht mehr Punkte. Nee, ach. Rook. Der ist aber nicht im Rahmen. Oh, Loll, ey. Der Punkt im Battle hier auf Platz 1. Ey, ich will das Ding. Huuu. 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 Hat das wer hier sehen, du? Nein. Okay, jetzt gehe ich einfach ladballern. Nee, ist ein Foddy da. Ich habe ein Auto, Foddy, ey. Er hängt immer noch vor dem Ding da. Mach direkt auf. Punkte hier, mach ich. Mach die Punkte. Was soll das? Hopfer. Ich lenke sie weiter ab. Da, er platziert noch so ein Ding da. Hey, hör mal auf zu schießen, ich will noch Punkte machen. Da ist die Caveira. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Hier ist noch wer. Guck mal hier. Alles live. Alles live. Live ist live. Die hockt da. Sie hat sich verpisst. Hab da wunderschön. Du Opfer. Ich snack die weg, ihr Bitches. Hier hockt der Letzte. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Links. Auf den Garten. Guck zur Tür. Nein. 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 Ja, du hier. Ich markier dir. Hier, da ist er. Da ist das. Nein. Ich hab mich extra gemessert. Ich dachte, das gibt mehr. Wow. Aber gute Runde, ey. Alla, ey. Die Points haben geprasselt bei mir, du. Das müssen wir öfters machen. Drohnen aufsparen und dann reinrushen mit den Drohnen, ey. Das war schön. Sagst du aber dran. Ungestand noch. Freunde, Däumchen da laden. Däumchen da laden. Däumchen da laden. Däumchen da laden. Nicht vergessen. Mit Dimitri. Alles verlinkt mit Dimitri. Und den Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.